Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte gerne mit euch meine neuen Carandage Neocolor 2 Wachsmalstifte swatchen. Dieses Video hatte ich eigentlich schon aufgenommen, als ich das letzte Video hochgeladen habe. Also das ist glaube ich am selben Tag entstanden, nur leider komme ich aufgrund von Krankheit und anderen Dingen, die dann so im Alltag passieren, erst jetzt dazu, dieses Video mit einem Voice-Over zu versehen. Ja, und zum Glück passiert gar nicht so viel Spannendes, sondern wir swatchen einfach diese Wachsmalstifte und am Ende male ich glaube ich nochmal so ein paar Bilder damit, einfach um zu gucken, wie so Farbkombinationen aussehen und was man alles mit diesen Stiften machen kann. Ich meine, ich kenne sie zwar schon, aber ich wollte jetzt einfach nochmal das Farbspektrum ausprobieren und ja, einfach schauen, wie sie so noch in der Anwendung sind. Ja, von daher lehnt euch einfach zurück, schnappt euch was Leckeres zu trinken. Ich werde hier gar nicht großartig immer irgendwas erzählen, sondern einfach das Video laufen lassen. Es ist ja zum Glück auch nicht so lang, ich glaube ungefähr 14 Minuten. Vielleicht habt ihr Lust, neben mir auch ein bisschen was zu malen oder zu basteln. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020